Willkommen hier bei profischnapp.de in Impingen zu unserer größten Aktion des Jahres Schnapp zu, der Cyber Week in unserem Online-Shop und der Räumezukauf hier in unserem Showroom und Schnäppchenkeller. Was wollen wir? Wir wollen innerhalb der Cyber Week, die am 21.11. beginnt und bis 1.12. geht, einfach unser Sortiment bereinigen, alles drehen, damit wir Platz haben für vieles Neues. Und deshalb, nur deshalb, haben wir viele Stücke über 500 Markenschnäppchen reduziert um 20%, das sind die gelben Schilder, 35%, das sind die grünen Schilder und ja, bis zu 50%. Zum Beispiel dieses Love Seat von Tommy M, Coletta 1, hat bei uns gekostet 7,77, Outlet-Preis, normaler Preis bei Tommy M 13,59 und jetzt zahlen sie Abholpreis 388 Euro. Wahnsinn! Wir wollen drehen, 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 verkaufen, verkaufen, verkaufen und hauen die Schnäppchen raus zu Preisen, wie ich sie selbst noch nie geboten habe. Deshalb schnappt zu bei profischnapp.de hier in Impingen und in unserem Online-Shop Cyber Week ab 21.11. Donnerstag bis 1.12. Sonntag geht es Remi-Demi rund. Am 24.11. haben wir hier noch Tag der offenen Tür, 13 bis 17 Uhr, sind Sie recht herzlich eingeladen. Würde mich freuen, wenn Sie kommen zur Schnäpp-Zu-Aktion von profischnapp.de in Impingen und in unserem Online-Shop. Ich freue mich auf Ihren Besuch und auf Ihre Kontaktaufnahme. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss!